In diesen vier Tagen Probenzeit wurde getan, was möglich ist. Das heißt, alle Beteiligten haben ein außerordentlich professionelles Engagement gezeigt. Und dafür möchte ich mich als Studienleiter an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken. Und ebenso herzlich möchte ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Europäischen Zentrums der Künste, Herr Lauer, bedanken. Das sind keine Formalitäten, so sieht die Realität aus. Und geht es bei so einem Unterfangen des Wirklichen, der Realität und des Kunstschönen nicht immer auch um Übersetzung? Technell, das wissen Sie vielleicht, meine Damen und Herren, bedeutet im Griechischen ja sowohl Kunst als auch Wissenschaft. Die Historie überführt ihre Inhalte auf die andere Seite der Wirklichkeit. So übersetzt sich auch die Geschichte der musikalischen Rhythmik nach Emi Jampital Kroos in die Sprach- und Bilderwelt einer beformten, komponierten Retrospektive. Da wird sie nicht mehr, sondern ist schon eine andere Wirklichkeit. Und die Träuze auf diese Arbeit. Alle, die Träuze auf der Herbischischen Rhythmik nach Emi Jampital Kroos Feld Rhythmik nach Emi Jampital Kroos in die Nacht und die Nacht überfassende Rhythmik nach Emi Jampital. Und die Nacht überfassende Rhythmik nach Emi Jampital. UNTERTITELUNG Wir sehen hier ein Loch, dieses ist das Loch der Geschichte und wurde schichtweise zugestopft. Mit Hoffnung, mit Technologie, mit Krieg, mit Basketball, mit Bratkartoffeln, mit Verein, mit Nancy, mit Wilke, mit Verein mit Wilke, Stravinsky war auch dabei. Achtung für Maske! Achtung! Maske ab! Alles Denken ist nichts anderes als ein Vorstellen durch Merkmal. Achtung! 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 Achtung für Abriss, Abriss, ab! Achtung für Abriss, ab! Achtung für Kostprobe, Kostprobe ab! Achtung für Rhythmik, Rhythmik ab! Achtung für Abriss, ab! Achtung für Abriss, ab! Achtung für Kostprobe, Kostprobe ab! Achtung für Abriss, 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 ab! Ab! Achtung für Abriss, ab! Achtung für Abriss, ab! Achtung für Abriss, ab!